Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video From the Darkness Horror Game bei N4BR Geil Ähm... Horrorspiel Spiel mal direkt mal Okay Objective get into the Völkste Apartment auf der letzten Lippe Vom Toten Großvater Okay Machen wir das mal Oh geil Das Licht schlockert Geil What the fuck Ab nach oben Nochmal nach oben Schild alter Ahja Toller Aufzug Super Äh ist das... ja Geh auf Tür komm Ich werde zwei Parts daraus machen Wahrscheinlich Dear Neighbors If you don't stop making noise at night We will call the police Es Es ist sehr dunkel Cool 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 Sehr schön Ähm Hä Hä? Piss dich Kein Strom Hä? Oh Okay Beautiful Ist das nicht Sieht aber noch gut aus Kühlschrank Hallo Was soll ein bisschen umschauen hier Wtf Alright Nice Keine Aufhören zu blinzeln danke Es wäre sehr angenehm Ist es Die Omi Nice Nö Da steht was Dunkel Fuck Hörst du auf die Tür zu machen Okay Da drinnen Nix Licht wieder an Boah Hörst du Schiff Ja Ich will halt nicht rein Nicht oh okay tv not working okay schön dann in die fernebedienung oh 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 what the what schaffst du schlüssel schön danke bye mystic part die piss dich ah nein tschüss auf Wiedersehen schon weg schon weg ich geh nicht zu dir rein vergiss es nee ich geh mal wieder zu kollege tch arschloch ey sich nicht ein sich nicht ein und der schlüssel ist hier wo geile jacke geiles outfit mit spaß joh joh der opa hat so viele kinder okay geil hello keiner da schade ähm jo holen uns jetzt den schlüssel ja wenn ich doch da rein gehen bin ich doch tot oder too dark joa nur too dark sonst nix joa what the fuck war das urgh jetzt ist geräusch ey ew missing part ähm hmm ähm hmm wow holy shit okay das hat mir jetzt leicht ganzer hot gegeben keine ahme warum aber pff okay äh ich hab ich hab nen schlüssel aufgesammelt oder hmm mama hör auf nicht äh aber für was kann ich irgendwas anklicken hier ähm m Hola jo kollege sicher dass hier nichts ist oder F aaa hallo Rüdinger gren Aber wo muss ich jetzt denn den Schlüssel einsetzen? Ich sehe nur... Man kann sich verstecken? What the... Okay, lol. Ich habe jetzt eigentlich nur zufällig irgendwo rumgezippt. Das bleibt schön offen, ja? Aber... Ach so! Oder? Oh! What the... Oh mein... Well... Holy shit! Hier zugekommen. Oh, mein. Natürlich hat er das Licht ausgemacht, dieser... Spassi. Aber wo ist denn der Lichtschalter dafür? Ähm... Nein, nein, nein. Oh, es ist... Dunkel. Hässlich! Hässlich! Scheißkind, ey. Woos! Get out! Get out! Get out! So... Ja. Yo, Alter. Das ist einfach Gustav. Der... Gustav! Gustav! Ja. Jo, okay. Wait, what? Äh, ja, cool. Äh, da fehlt was. Ähm... Get out! Ach so, ich hab... Ach so, ich hab... Jumpscare verpasst, oder was? Ist das die Haustür? Ist das die Haustür? Oder? Oder das da? Ne. Ähm... Wait a second. Ah. Danke dir. Objective get out. Ja, ja. Schön. Nö. Oh... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Mama Holy shit Yo, das Ding schaut mich an Oh, wie geil Yo, what the fuck Yo, what the fuck geht hier ab Yo, what the fuck Ach so Oh, da ist keine Tür mehr Ah Da ist ja nicht mal mehr in der Tür Ah Stop it Stop 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 What the fuck Oh my god Shift run Ja Oh my god What Yo, Brudi was Es frisst Ich komm nicht weg Fuck Fuck Juhu 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 Schmeckt's Verfressene Schwein Ja dreh deinen Kopf ruhig um Ääääääh Fettes Kind ey Verfressen ey Ich glaub's doch nicht, du scheiß Psychopathisches Schwein, du Nosferatu Stop it, Nosferatu Stop it Stop it Nosferatu Ah, Junge What? Faktet What? Heilige Scheiße Was passiert gerade? Was passiert gerade? Well, ich denk Zeit ist herauszufinden Yo Hey, Freundchen All right, nice Last finger Lager Hey, hey, what for who? Yo, Alter Yo, Alter Hey, 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 hey Ich lass dich da rein Irgendwann verändert sich der Typ doch Der Dude Hallo Kannst du das anfassen? Danke Ja, 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 mach Tu es, tu es Brav Ähm, jetzt der Code Wie mach ich das? Ah Ähm So 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 und so Oh Upsi Äh Ähm Wo finde ich die Code raus? Ähm Achso Okay Ja gut Dann will ich aber sagen Mache ich einen Cut Und es ist so eine 2-3 lange Folge Über die Tage Keine Ahnung Äh 2-3 lange Serie Ja Äh Grün ist Das Ding Warte mal Ach du Er ist direkt bei mir oder? Oh mein Puhuhuh Okay Okay Leute Das Licht ist ausgegangen Die Musik wird schlimmer Ich habe keine Ahnung was gerade passiert Aber Ich würde sagen Heben wir es uns für das nächste Mal auf Ich will nicht allzu lange Videos machen Und würde sagen Und würde sagen Bei der nächsten Folge will ich mich wieder erschrecken lassen Obwohl Ein Damsker will ich kriegen Komm Pio der Typ hat so Angst ne Ja egal Ich würde sagen Danke fürs Zusehen Und ähm Bis zur nächsten Folge Auf Wiedersehen Bye 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 Vielen Dank.